Na dann. Fahren wir im Februar mal Wasserbahn oder wie? Sehr positiv passiert bei diesem Boden alles nass ist, oder? Ja. Ach stimmt, das war ja diese Highspeed Wasserbahn, wo man so mit 300 km durch diesen Kanal fährt. Warum sitze ich eigentlich so weit vorne? Können wir wieder raus? Ja. Reicht, war schön. Oh scheiße. Au. Klingt gut. Oh nö. Aua. Oh sorry. Ich war jetzt nicht mit Absicht. Ich versuche mir meine Kapuze so zu machen, dass nichts mich berührt. Oh oh. Ich bin komplett nass. Oh. Oh. Diese Fahrt war jetzt eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Nimmt man das. Gerade eben. Alter, nicht so schnell. Hallo. Stopp. Ah. Meine Hose ist halt nass. Die Jacke ist mir egal, aber die Hose ist halt scheiße. Wieso werde merke ich im Winter hier drin nasser als im Sommer? Oh Gott. Oh, jaja. Oh, jaja. Oh. Oh. Rein ins... Dino-Zeug. Oh. Ja, 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 ja. Alter, was ist das jetzt? Oh nein. Ah, stopp. Abbruch. Oh Gott. Ey, das ist einfach vorne ins Boot reingelaufen. Meine Füße sind nass. Macht eure Boote dicht. Moment, ich mach euch mal kurz trocken. Die GoPro hat am meisten abbekommen. Das geht nicht so richtig, aber naja. Ja, war eine tolle Erfahrung im Winter. War richtig schön, aber nie wieder. Oh, oh, oh.